Da steh ich mir eine Frage, Leute. Ich stell mir eine simple Frage. Warum? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich stelle mir diese Frage. Warum? Warum geht ihr auf mich rauf? Warum? 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 Warum 4? Confirmed? Oh Gott. Also ich find ich ja, aber der Termin steht schon, ne? Oh, echt? Ja, ich hab den Termin gemacht. Okay, sag mal, kannst du ihn hier exklusiv droppen? Vielleicht? Ich piep ihn noch raus. Ja. Nee, ähm, Dezember. Auf jeden Fall. Ah, schön, wieder in der Zeit, in der wieder Adventskalender und so kommen. Wollen wir richtig Stress haben. Nice. Ach, du meinst, der, der nicht kommt? Ach ja, stimmt. Oh, Schatz feiert. Manu? Du kleine Stockscheiße. Ich hab ja auch mich so ein bisschen professionalisiert in dieser ganzen Geschichte und hab dementsprechend auch genügend Knöpfe, um daraus kleine Geschichten erzählen zu können. Es gibt eine Geschichte, die mag ich sehr, sehr gerne. Die, ähm, okay, ich warte mal so auf, und zwar folgende Geschichte. Oh, ich hab heute einen Pilz verloren beim Essen. Jetzt fällt mir wieder auf, dass ich den gar nicht aufgehoben habe. Ich mag einfach keine Pilze. Das war einfach dabei. Ja, nee, der ist runtergefallen, aber ich hab vergessen aufzuheben. Und jetzt wird's wichtig. Ja, ich finde ihn nicht. Geil. Ihm an den 10 Jahren ist da bestimmt ein Schimmelpilz. Ich bin der Wachsler, der hat Pilze, weil er es nicht auswäscht.